Wir befinden uns hier vor der Krone der ältesten Gaststätte und Verberge Ulms, in der im Laufe der Ulmer Stadtgeschichte viele Kaiser und Könige zu Gast waren. Ich freue mich, Sie durch unsere Stadt führen zu dürfen, und zwar auf den Spuren von bekannten Persönlichkeiten, die in Ulm in den letzten Jahrhunderten zu Besuch waren. Ich freue mich, Sie durch unsere Stadt. Ich freue mich, Sie durch unsere Stadt. Vielen Dank.